blute was blute schon wieder ausprobieren das geld da ist ein stinker spieler 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 lauf lauf wo denn da vorne vor uns vor uns genau dort vor uns reichen dem haus jetzt kommen sie ich habe das leben hier rettet jetzt kumpel alter aber volle kanne da kommt neuner zeichen ist aber ruhig jetzt auch bei mir hier ja oder bist du das ist aber ruhig es kann keiner in der nähe sein ok war das noch er geld ich muss mir immer schnell gesundheit holen da hinten ist noch ein geschenk ich sehe noch ein geschenk das war bei dir ne ja ich habe geschaffen wechsel ach du warst das ok ich sehe noch ein geschenk Okay, testen. War gar nicht so weit weg. Aufpassen. Ich will nämlich jetzt hier rüber kommen. Haben wir irgendwo ein Fass hier in der Nähe? Weiß klar da gar nichts. So, wo müssen wir hin? 170, ne? Ja, ja, ja. Warte, ich muss mal eine Heidung holen. Ich weiß auf die Raten. Das ist mir letzte. Hast du schon? Ach. Ich hab keine Ausdauer mehr. War das noch eine? Ich hab keine Heilung in der Nähe. Verdammte Kacke. Oh! Da ist jemand reingelaufen bei uns. Links. Ich hab zwei gelegt gehabt. Kacke. Ey, doch, jetzt drüben. Oh Gott. Also ihr könnt noch in eine reinlaufen. Ist aber nicht elektriert, ne? Ich habe eine mal so hingesetzt gehabt an der Ecke, damit wir wissen, dass die in den Bereich drin sind und dann ist eine noch an den Bienenfass. Hast du was gehört? Hast du die Sicht gemacht? Ja, ich mache die. Komm. Da vorne. Ist wieder was hochgegangen. Dann ist eine in eine Giftfalle reingekommen. Wahrscheinlich. Kriegt die? Und das war eine andere. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Der ist im Turm drin. geht komplett hoch aber geht gerade wieder runter ich weiß es nicht ich habe noch nicht luken sehen was gesehen gehört in der kirche drin ich habe noch nicht luken irgendwo runter gesprungen aber der pfeil hat sich gerade damit ich habe nicht ob es zwei sind oder einer ist hausen dahinten bei dir kommen wir in meine richtung ich höre dich laufen weißt du wo die sind ne die sind jetzt schwer still er wird dich gehört haben das könnte sein es hört sich so an so ein bisschen weitergelaufen besten ich habe schalte im vertraut auf der empfehlen sie sich im gemäuer in dem gemäuer am gemäuer noch ein bisschen außerhalb ich habe noch keinen gesehen so hingesehen vor mir da hinten ist auch einer treffer läuft weg ich habe einen laufen kommt zu dir ab ihn tot braun ich habe einen zombie sind noch andere da ja da kommt ein anderer hat man einmal getroffen sehr schön 500 500 dings habe ich gerade bekommen alter hast du bekommen 500 hand dollar von einem dem mutenden ja wir sind jetzt unten drunter ja ok dann gehen wir uns mal runter der andere ist abgehauen oder was mit der hier kommt drunter ja der ist im ausgang kann man sich drunter holen ja danke ja komm mit geh zu mir das geld und waffenreinigung hier ist eigenschaft rotarzt ist einmal weg leider schon ich gucke einmal eine spiele zum anderen laufen jetzt blitzt und blitzelt meine dann auf schnell zum anderen typi 45 so mal die 3 die ich noch habe auch sehen er wird geballert ja 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 Oh, come on. Okay, punkte ich, kriegen wir jetzt keine mehr. Aber schön, dass da eine durch meine Fallen durchgelaufen ist. Hm, sehr geil. Ähm, auf 45 ist auch der Boss, ne? Ja. Also wir sind schon ziemlich nah dran. Einer? Da hinten, okay. Guck mal kurz. Hier sind keine Spieler. Ich würde gerne wissen, wie viele... Achso, du hast ja noch ein bisschen was, ne? 3 Sekunden habe ich noch. Könnte man ja gucken, wie viele Leute dann im Compound drin sind, ne? Also wir sind schon recht nah. Muss da in den Häusern drin sein. In den großen. Ach, scheiße. Sieht man ja voll, woher herkommen. Guck mal. Einer ist dort und einer ist drin bei der Trophäe. Oder besser gesagt, warte mal, wo ist denn die Trophäe jetzt? Drum im Haus oder rechts daneben? Verschiedliche Spieler, glaube ich, hier. Okay. Aber ich seh. Wenn ich nicht nicht umfass... Beide ich sie auf und habe. Ich verstehe da. Und dann ist hier schon ein paar nicht. Und dann ist das Ding. Ich stehe da. Aber es ist, wenn du nicht umfassendst. Ich stehe da. Ich stehe da. Und dann ist das Ding. Also... Ich stehe da. Ich stehe da. Beide. Ich stehe da. hast du was gesehen ich höre was der ist vom wasser ist der hochgelaufen der spieler drin in der hütte ist tot habe ich erschossen achtern bekommt von oben der ist im anderen haus drin der läuft hier erst bei mir im haus drin verstand sich erst mal irgendwo läuft unten hat einen schönen headshot gegeben ist das der mit der trophäe mit der trophäe noch hier weiß dass er da vorne also es liegt eine drinnen ich gucke mal schnell der karte der typ aus dem fenster den habe ich weggeschossen der ist tot sind das haben wir jetzt beide ja weiß nicht es dürfte doch keiner mehr da sein hier liegt noch ein toter spieler ja den habe ich ja erledigt hier ist noch einer sind gleich zwei alter weiter nein pfäe liegt hier oben ja moment ich kann ihn nicht mal looten draußen ist einer weiß nicht ob du den noch looten kannst oben hast du gesagt den kann nicht looten auf jeden fall auch der vorbote von den legendären den hast du schon gelootet bist du schon wieder durch irgendwas gelaufen da durch stacheldraht ich sehe keinen spieler wenn wir uns noch ein bisschen zeit lassen hier ist noch ein spieler den glaube ich habe ich doch oder nicht weil hier ist einer war ja die beiden habe ich gemeint denn was ich von getötet habe war unten auf jeden fall lassen wir mal gucken ob wir noch ein bisschen geschenke abgasen können in dem dörfern und ein paar zombies machen sie keine mehr mehr machen bekommen zu den anderen nummer gucken ob du den findest ja weißt du nicht wo der ist mehr der müsste irgendwo hier unten gewesen sein das ist doch irgendwie entlang gelaufen warte mal hier ist er ich mag hier dann an dann komme ich die pfeile und eine wetterly karabiner hecken schütze sehr schön ja 196 punkte schon mal ganz praktisch war ja geil und mal zu viel zucht einmal hinlaufen und da noch ein paar musik muss noch ein paar messer kilt kriegen ja klar machen wir lassen wir haben noch zeit 34 minuten da werden jetzt auch keine mehr da sein da wie viel waren jetzt da gelegen sechs stück ja wir haben auch noch mal zwei geholt waren mit uns zwei also alle höchstens könnten noch zwei spieler da sein wenn die hatten die auch schon irgendwie können der zwölf spieler sollen aber noch ordentlich zombies jetzt weg schnitzeln und so kriegen aber da mal eine ist abgehauen mit der dinge ja ja einer ist gegangen hör was hier es bringt mir nix wenn ich ding wenn ich wenn du die normalen ach so du musst die du brauchst ja die dinge kilt ne ja ok auch messer kilt du nimmst ja kein messer naja ich bin schon unterwegs oh guck mal das ein weihnachtsbaum ja hab ich schon gelernt hast du noch nicht benutet ne tatsächlich nicht ein halter ja da wird ja noch einiges im schicken rumliegen musst du schön mit deine sicht gucken mal also du kannst deine sicht dann ruhig aufbauen ich hab ja noch und das ist dein geschenk eigentlich immer schön weit sehen können ja hier liegen einige rum da hinten du läufst direkt auf 1 zu ja ansonsten sehe ich hier keins mehr aber spezial munition ist da oben noch hoch hoch komm ich hier hoch aufs dach auf dem dach oben warte warte hier hier gut sehr gut so nächste halt kapelle der morgenröte farmesröte ich hoffe ja echt dass noch keine spiele mehr da sind ey glaub nicht geschenkt sehe ich schon vom weiten ja das wird mir zum beispiel noch gar nicht angezeigt jetzt sehe ich es erst oh hier ist was dickes höre ich 400 EP laufen hier rum wo mir hier so so oh guck mal taun hauun hauun hauunbe hunde kommen numero 1 rein hier ist noch ein dicker irgendwo da hinten ist noch ein dicker hier ist noch ein dicker weihnachtsbaum hier mal gucken da geschenke da in der dinge der kapelle und das auch noch als spezial munition sofort waffenreinigungs set ja wo wann ist jetzt das geschenk da ist es warte mal waffenreinigungs da hinten ist so irgendwo war hier noch ein geschenk ich glaube das war unten drinnen ja guck mal nach dem geschenk ich guck mal nach dem geschenk ich guck mal nach dem geschenk hast du den dicken schon geholt? nee kann ich hier hinten rein ja 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 komm das geschenk habe ich schon geholt keine geschenke mehr ne keine geschenke mehr ne ich weck dich wieder hin danke hat hier meister alter war das jetzt laut dann hatte ich den wahrscheinlich noch nicht noch was die eigenschaft wird hier meist doch so ne wenn du sie hast dann kannst du sie nicht mehr aufnehmen habe ich dir dann immer freigeschalten oder bloß für den charakter für den charakter da stirbt ist natürlich wieder weg weihnachtsbaum sehe ich schon wieder aber wir haben bei dem glück jetzt mit 150 ist natürlich ziemlich praktisch der ist aber anscheinend leer oder ich bin noch nicht so nah dran er ist noch voll schon mal hinten rein immer noch kein spieler in sicht oder so hier war noch gar keine anscheinend bin ich voll gerade nicht mehr aufnehmen ich habe schon eins noch gesehen oben in der scheune ist noch eins kommst du da hoch ja muss ich erstmal reinkommen alter es sind aber auch viele fässer hier zum teil du kannst du echt karte haben nicht aufpassen oder das blitzen nervt warum bist du so weit weg von mir ich warte noch weil du musst jetzt messer machen dann kann man ja ja den komischen typen messer ja das ist ein tannenbau wo ist dein typ da unten toll der ist wovon hat er gewandt ich wusste nicht vier punkte bei mir an der mauer an der wand warum liegt hier waffen manchmal liegen im wendem aufwaffen ah da liegt eine pexwell da alles klar ich habe noch ein paar geschenke hier ja eigenschaft hier unten gibt es sind mal gucken wie ich da runter komme ja da geht es nicht runter hier bei mir ja muss auf jeden fall hoch da wird auch noch irgendwo ein geschenk sein ja ne unten ist eins sogar ok dann kann man 30 15 30 ist noch ein geschenk sehe ich gerade hast 50 15 30 draußen ist das hab schon so guck mal drei oben ist auch noch eins ah da oben ist eins ich sehs ok dann gehen wir rüber zur seege nehm ich gleich hier in der nähe oh ne hexe kannst du machen hier messi messi achso ne da ist ja auch lustig da sind auch misstviecher drin im ding muss man wegschießen ja mach das ja du sollst ja auch treffen ja ich habe gerade mitgekriegt ah war der geschränkt gesehen guck nochmal jetzt rund rum ein spieler eine spieler nur zombies und nichts weißt was ist das das ist das das ich bin wirklich von hier gekommen warte mal der ersten So ein Groschen Lingerach waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier sehe ich schon mal ein Geschenk in den Gründen. War aber scheinbar auch schon später unterwegs hier, du. Zombie-Technisch gar nichts mehr. Hast du die Dinger? Ich bin aufgeschreckt. Ja. Werkzeugkörper hier. Nochmal ein Werkzeugkörper. Hast du die Hexe eben schnell? So. So. Da ist der Pusti hier. Man rennt doch nicht so. Oder ein paar Wasserpäufe, kann das sein? Ja, aber bei mir waren wir so weit weg, die haben gar nichts reagiert. Ja, besser. Warte mal, ich muss mir das mal heilen, ich war so kaputt. Jippee! Da rennt ihr voll hinterher? Meine Jüte, da konnte ich gar nicht hinterher hauen. Zum Haus habe ich noch nichts. Wo ist sie denn? Da sind wir, glaube ich. Ich habe sie mal getötet. Da hinten ist ein Christbaum, aber da scheint nichts mehr zu liegen. Doch, liegt was. Da ist auch noch eine Messertante. Kann man messern. Oh, jetzt noch mal ein Christbaum. Christi, 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 Christi Baum mit geschenken. Guck mal. Guck mal, 352. Echt gut. Wir kommen zum Aufstocken. Brauche ich nicht, ich habe keine Feuermunition mehr. Das andere brauche ich jetzt nicht. Mit der Pistole können wir auch noch gefilteren. Einfach ein bisschen was rum. Einten. Guck mal eben, Frau Zierneben. Und um den. Okay, die Sicht ist jetzt weg. Ist das weg? Eine Sicht ist jetzt auch weg. Aber wie gesagt, hier wird jetzt kein Spieler mehr sein. Ein Geschenk. Ja, der hätte uns ja schon längst irgendwo. Wie das Geld? Hier unten liegen auf jeden Fall keine Geschenke mehr. Warum habe ich schon wieder keine Ausdauer? Warum habe ich schon wieder keine Ausdauer? Ja. Wir sind ein paar Zombies noch, die du kriegen könntest. Und das ist auf der anderen Seite, ne? Ja, das ist auf der anderen Seite, ne? Oh, ein Dicker ist ja auch noch auf jeden Fall drin. Ja, da kannst du noch was machen. Ich höre ihn hier drinnen, den Typen. Ah, der ist oben. Ah, der kommt ja runter, glaube ich. Ja. Hier ist nochmal gelb. Hä? Warum ist denn der nicht gestorben? Ja, manchmal braucht der ein bisschen. Manchmal? Ja, aber toll. Ah, habe ich hier irgendwas noch an Geschenken rumliegen? Schaut nichts aus. Schaut nichts Geld. Unten ist nochmal ein Panzer. Gut, dann lass es noch da hinten runter gehen und dann sind wir durch. Ich bin da hinten fertig. Ich bin da hinten losgezogen. Schaut nichts Geld. Ich hab nicht geschenkt. Na sicher. Ich bin da hinten ab, ich bin da hinten ab, ich bin da oben weg. Ich bin da hinten ab. Ja. So, ich bin da unten. Ich bin da hinten die Geschenke. Es ist da hinten drauf. Wie? Die Geschäfte. Au! Au! Kein Ausdauern mehr! Kein Ausdauern mehr. Kein Ausdauern mehr. muss ja auch noch die conversation muss ja noch was damit umbringen damit ich die aber keine geschenke gefunden Wenn ihr so verhört, vielleicht hätte ich aber was dickes gehört. Eine Geschenke. Hilfe! Wenn du Hilfe sagen kannst, ne? Ja. Wir sind jetzt mit einem Pott hier. Der ist hinterm Zaun. Weil wir keine Muni mehr hatten, ne? Ich wusste gar nicht, ob ich mit den Fächern habe. Ja, das hört sich so an. Ah, hier sind zwei Geschenke am Weihnachtsbaum auf jeden Fall. Drei Geschenke. Ach, schon mal. Zombie raus für dich, klar. Was? Zombie rausgelassen. Da oben ist kein Geschenk mehr. Waffenreinigung hier nochmal. Aber meine sind noch sauber. Eine könntest du aber noch reinigen, glaube ich. Was können wir? Waffenreinigung war da noch einmal. Na ja, aber meine sind sauber noch. Warte. Weil du auch nicht gesagt hast, doch. Wir sind da. Zehn Minuten. Weiten. Eine sehr gute Runde. Ich bin mal gespannt, wie viele Dinge wir nochmal gekillt gehabt haben. Drei Trophäen. 382 Points. Das war schon mal gut. Drei Trophäen. 382 Points. Die haben wir ja auch noch getötet. Top 4. Könnte ein 50er Char werden für dich, wa? Ja, wirst du noch eine Runde machen. 50er wird das mit dir. 63 Quants getötet also. 11 Armmütter. 5 getötet haben wir. 3 schleppst du auch, 2 Stück. 1. Jäger. 1. Da nochmal 1. Und nochmal 3, 5 Jäger. Ich habe nur 1 getötet. Hast du 4 getötet? Was? 4 Jäger getötet? Ja. Anscheinend, ne? Ja, ja. Einen, wo ich dir das Leben gerettet habe. Bei dem anderen kam ich auch von hinten. Von dem Gemäuer. Immer von hinten, ja. Ja. Da wird 35. Boah, da fehlt noch was. Bis zu 50, du. Ich finde immer fächern. Das finde ich jetzt gerade gar nicht. Und das ist ein gerät. Und das ist ein gerät. Checkt. Ja. Deine.